So, dann kommen wir nach dem Video. Jetzt fährt erstmal hier den Marktstraße hoch hier hin. Ich hoffe nämlich, da fällt ein Auto hinter mir jetzt nicht, aber das ist jetzt egal. So, das geht jetzt auch nicht. Deswegen ungefähr am Tag noch nicht fahren könnte. Dann sehen wir heute noch so, was passiert. Hoffen am Mittwoch, Abend. Jetzt fährt ich mir noch ein bisschen rein. Oh, der fällt mir auch schon viel besser. Radei hat aber richtig. Ach, das macht immer wieder Spaß. Mal nehmen lang das Video, wie es mal wird. Baulig, ja. Ich kann es nicht nur noch so machen. Ach, da sind wir beste Arschsteller nur noch gut. Das muss ich mir auch noch mal durch. Aber dann bin ich doch nicht einfach mal wieder Hände für Nacht. Und dann sind wir dann auch einfach mal wieder. Da haben wir dann auch nicht hier. Also, das liegt. Da sind wir dann noch mal wieder. Da ist ja auch nicht schon da. Das ist ja auch einfach nur ich. Da, die Stimmen ist mir eben nicht. Da nimmt dann ein Auto mal wieder. Da geht denn da. Da steckt ich ja auch nicht wieder. Da geht das hier. Da geht dann. Da geht. Da geht es. Da geht's, da. Und die Baustelle hier vorne, habe ich nicht vergessen, aber sehr geschieht halt nicht mehr. Also daher habe ich es nicht vergessen. So jetzt fänden wir sich auch, dass da eine Baustelle war. Die Willis macht ein bisschen Spaß, wenn man sie nicht. Und relativ gut kann sie nicht. So. Ah, keine Ahnung. Nein. Ja. Dann halt nicht. Hat zwei Pechfahrt, fängt halt um. Hier ist er nicht. Ja. Oh, man. Ärmler krempeln. Na ja so. Halt anspringen kann. Mein Motorrad ist ja jetzt schon da. So gut bestellt habe. Jetzt muss ich mal wieder zusammenschrauben. Dann habe ich morgen die Papiere abgeholt. So. Dann wird jetzt zugelassen. Dann kriege ich glaube ich die Kennzeile hier auch schon. Abholen. Dann kommen schöne Motorblocks. So. Und dann kommen halt. Wie ihr erfahren könnt oder was. Dann schwelte ich auch gerne. Wurde es nicht so schön zu bekommen. Dauert es nur ein bisschen. Wurde es nicht so schön zu bekommen. Wurde es nicht so schön zu bekommen. Wurde es nicht so schön zu bekommen. Wurde ich halt nicht. Na. So. So. Und fahren wir mal. Wie da einen. Einen schönen Berg hoch. Natürlich wie immer auf dem Hinterrad. So. So. Das war eine gute Fahrrad. Weiter weiter. Nicht zu warm. Nicht zu kaffe. Nicht zu regnerisch. Genau richtig, der Mountainbiker und am Street haben wir Weihnachten. So, dann brauchen wir mal losgehen, dann sehen wir, dass wir heute kommen, ohne abzusetzen. Ach, der Wind macht mir die Aufnahme kaputt. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR